Musik Musik Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im 2019 Projekt A Story of a Farmer. Wir sind in unserem Farmer, das ist es jetzt schon spät geworden, 20.13 Uhr und der Transfer bzw. der coole Ball ist noch immer nicht aufgetaucht mit den neuen Maschinen, die er mir bis 18 Uhr versprochen hat. Ja und sonst, jetzt warte ich noch, hier ist der Ding, wir werden in der nächsten Folge mit dem Drescher beginnen und ihr könnt bitte in die Kommentare schreiben, was wir da hinbauen sollen. Ob das eine Halle werden soll, ein Tiergehege, whatever floats his boat. Und ja, das ist unser Hund. Den habe ich uns extra beschafft und dann können wir uns füttern, kommen wir her. Musik 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 Ja, tut mir leid, es ist zu spät geliefert worden. Ach so, und wo ist denn jetzt meine Drecke und die neue Sehmaschine? Ich zaube sie noch mit. Das wo steht? Ach so, das ist, warte, warten Sie. Warten Sie, also da draußen stehen Sie. Es ist jetzt eh schon so spät, Lockdown ist. Wir dürfen eigentlich nicht da sein, aber es ist richtig. Laden Sie einfach die Maschine hier ab. Der fängt, der packt die Sehmaschine nicht, die ist viel zu schwer. Lassen Sie den Kranzler. Der Kranzler, der kann also. Und er meint man nicht. Ich habe zwei Fragen. Wo bin ich denn? Das eine ist, wo ist mein Gruber? Kommt der erst? Ja, der kommt. Okay, was dann. Und wann kann ich mit dem Unge verrechnen? Drei Tage. Was? Super. Und er liefert Sie mir den wieder, oder soll ich den? Soll ich den abholen? Nee, nee, den bin ich. Nee, nee, den bin ich. Okay. Dann. Warte, da habe ich kein Platz mehr. Ich habe jetzt nur noch so wenig Hallenplätze, weil ich da die eine Halle abfahre. Ich bin arm. Wollen Sie was von 75 Milliarden Euro? Nein. Ich. So. Der blitzt mich jemand. So. Tarnsbär, Tarnsbär. Dankeschön. Wie geht's Ihnen? Vielleicht, weil ich Sie sehe. Sehr lustig, der Herr. Ja, ja. Ja, ich möchte Ihnen noch kurz was erzählen. Also, in zwei, äh, guten zwei Wochen beginnt dann die Ernte. Ja. Haben Sie da irgendwas vor? Nee. Wenigerer Händler, was habe ich noch vor? Ich brauche hier und da mal einen Abfahrer, weil meine Felder zwar nicht so groß sind, aber ich habe nur einen Dreh schon ein Ding. Ich habe noch keinen Mitarbeiter. Ja. Also, könnten Sie da hier und da mal den Diensten halt übernehmen? Ja, okay. Was? Was? Und die zweite Frage ist noch, also das waren jetzt insgesamt drei Fragen. Die dritte Frage ist jetzt wieder mal geschäftige. Sie sind ja der Bürgermeister. Ja. Ja, ja. Jetzt habe ich schon wieder vier Fragen. Ach, dass er weiter sich ja immer. Also, ja, ich bin draufgekommen, jetzt gerade eben, dass ich noch kein Saatgut habe für meine Sämaschine. Ja. Und wenn die Ernte in zwei Wochen beginnt, brauche ich ja das. Ja. Dann muss ich ja groben und schicken wieder ansehen. Und neben Ihrem Bürgermeister ist ja auch der Landhandel, welcher auch Ihnen gehört. Ja. Und da gibt es auch, glaube ich, so ein Hühnerfutter, was man sich bestellen kann. Den größeren Hühnerfutter auch, aber auch Saatgut. Ich bräuchte nämlich beides, dass ich mit den Hühnern einmal durchkomme. Jetzt noch die nächsten zwei Wochen, weil meine Anzeige schaut nicht so gut aus für meine Dinge. Ich meine, sie sind immer noch mehr zu zehn Prozent gesund. Und ich brauche unbedingt Weizen und Gerste. Und sie sind eh schon die Hälfte der Hühner abgestorben, weil sie verhungert sind. Ha! Sie sind schon... Sie sind Tierfühler. Ah ja. Und wenn halt dann erst die Felder fertig sind, habe ich den. Deshalb bräuchte ich von dem Hühnerfutter eigentlich nur ein paar, also jetzt nur 5.000 Liter oder irgend so was. Und von dem Saatgut aber dann schon 10.000 oder so was. Ja. Also könnten sie das einrichten, dass sie mir das spätestens nach der Ernte so liefern könnten? Oder ich mir auch ab und ich habe grundsätzlich die Anhänger. Die würden von der Größe, glaube ich, besser passen. Ich habe eh zwei und dann kann ich ja direkt ein für Hühnerfutter mitnehmen und ein für Saatgut. Ja. Und die vierte Frage ist, wie schaut es aus mit den Bielen? Ja, wenn sie welche wollen, kann ich ihnen was beschreiben. Ja, da haben wir dann in letzter Folge aufgehört zu reden darüber. Ja. Wenn ich jetzt den Film fragt, dann mir kostet es nichts, aber dafür bekommen sie die, also das Geld, was sie dann im Hofladen bei ihrem Händler verdienen. Also ich liebe ihnen den Honig und mache auch mehr Honig für sie und mir kostet es nichts, außer die Arbeit halt. Und sie verkaufen es dann und ich kriege halt dafür auch das Geld, dafür kosten mir die Bienenstöcke nichts, oder? Ja. So war das dann. Ja, ja. Okay, dann habe ich... Haben Sie es vom Hofladen mehr? Was? Dann würde ich gerne für... Jetzt ist ja noch nicht Sommer, darf ich... Äh... Diese... Äh... Mal... Äh... Wo sind die... Ähm... Wo haben wir da die Honigboxen, Anna? Äh... Zweitausendding. Warte, wie viele Dinger braucht man dann von denen? Steht nicht drin. Aber ich glaube sehr viele. Honigboxen und Honigwaben gesagt. Und Bienen. Na, die Bienen brauche ich die Honigboxen und die Baden. Weil den Schleuner... wie bei ihrer Gemeinde und die Honigabfüllanlage auch. Ach, ja. Wahnsinn, ich brauche eh keine Honigboxen. Die sind nämlich erst fürs Abfüllen da. Ach, ja. Ja, dafür brauchen man die Abfüllsätze. Passt. Das heißt, ich würde gerne... Äh... Zwei solche... Na, es könnte sogar mehr sein. Vier Boxen. Die sind bei platzierbaren Objekten und dem Potenzialbedarf. Vier von denen bestellen. Und dann die Honigbam, dass die alle vier voll gefüllt sind. Und halt auch die dann noch so viele Bienen, dass die äh... auch voll gefüllt sind, damit ich die volle Produktion hab. Okay. Wie viel kostet mich das... Jetzt... Ich möchte mal zumindest den Grundbetrag von dem Honiggestell und von... Ah, ja. Eigentlich sonst nichts. Also das wären 8000, wenn ich mich nicht verrechne, oder? 8000? Ja. Vier mal 2000. So steht's. In ihrem Shop. Oh, oh. Platzierbare Objekte... Ah. Und den Honig und den möchte ich jetzt schon mal bezahlen. Warte. Und der platzierbare Objekte ist bei ihnen noch der im Karate abgestattet. Und da ist eine so eine Holz-Honigbox. Ja. Und die kosten 2000 pro Stück. Und ich möchte vier. Also sind das 8000. Aber sie sind's doch. Wie viel soll ich ihnen dann überweisen? 7500? 5000? 5000. Einmal in der gerade Zeit, dass ich da komplett so leiser trug. Was? Hey! Ja. Und... Sie sind ja auch der Bürgermeister. Mein Onkel, der ja verstorben ist, von dem ich ja den Hof übernommen hab, der hat immer den Schnee geräumt. Manchmal auch für die Straßen, weil der Windeldienst von der Gemeinde nicht so gut war. Ja. Wie schaut's da aus? Brauchen sie da noch eine rechte Hand dafür? Ja. Weil ich hab... Wie sie hier drüben sehen, hab ich ja noch den. Ich bräuchte euch nur das Salz. Das könnte ja von der Gemeinde finanziert werden. Und dafür würde ich ihnen helfen. Ja. Wäre das was? Was? Da sehe ich mich drin. Was ist denn auch da drin? Der heißt Timit. Du bist nicht Timit, oder? Du bist nicht der Vanforter YouTuber und Timit. Nein, der heißt Tim. Tim. Mach hin. Du bist es Tim. Sie sind's Tim. Und sie sind Loser. Danke, Herr Lobb. So. Äh, ja. Und wir sehen uns dann zur Ernte, oder? Ja. Ja. Wiederschauen. 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 Ich geh jetzt dann... Wiederschauen. Ich geh jetzt dann schlafen, gell. Oder noch? Ich nicht. Tschau. 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 Musik. 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 Bis zum nächsten Mal.